Mach mit beim Land der Könner. Eins, zwei, drei, vier. Und ich glaub, da muss mehr sein. Und da will ich helfen. Hallo, ich bin der Christian und Schlagzeuger. Ich bin der Ben, Papa, singe und spiele Gitarre. Ich bin die Kati, ich singe und spiele Piano. Ich bin der Micha und ich mache Special Effects und bin der DJ. Ich bin der Chrissy und ich spiele eigentlich die E-Gitarre und wir sind... Wer wir sind! Uns gibt es seit 2010 bei einer Jugendwoche entstanden. Ben und ich, Gründungsmitglieder. Und ja, wir machen eigentlich bodenständigen Pop-Rock und meistens mit deutschen Texten. Gebt uns euer Like für wer wir sind! Gebt uns euer Like für wer wir sind!